Was ist mit Leistungssteigerung, Drehmomentsteigerung, Geschwindigkeitserhöhung oder Geländegängigkeit zu tun hat? Ja, das ist richtig so. Aber es gibt auch Pseudo-Tuningmaßnahmen, die davon weit entfernt sind, diese Zuwächse an Leistung, Drehmoment und so weiter zu bekommen. Und da zähle ich dazu das optische Tuning. Also wenn Sie Ihr Fahrzeug ein bisschen lackieren wollen, in besonderen Farben mit Airbrush-Technik versehen, dann bleibt Ihnen das unbenommen. Und es gibt Leute, die schwören darauf, danach wird das Fahrzeug mindestens 10 kmh schneller. Okay, lassen wir Sie in Ihren Glauben. Und es kann durchaus ästhetisch aussehen, wenn Fahrzeuge besondere Lackierungen bekommen. Geschwindigkeit, die Lack-Sorte, die Lack-Oberfläche, das ist etwas für Flugzeuge, die extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Und da spielt es schon eine Rolle, aber nicht bei unseren 100 bis 200 kmh, die wir fahren. Wenn Sie die Signalfarben der Rettungsfahrzeuge sehen, die haben natürlich schon einen Sinn, um aufzufallen und zu signalisieren, hey, macht Platz, ich bin im Noteinsatz, bildet eine Rettungsgasse. Aber das Fahrzeug selbst kann dadurch vielleicht schneller fahren, aber nur im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten. Neben den Lackierungen möchte ich aber auch erwähnen das Licht-Design. Licht-Design wird ja heute von den Herstellern durchaus und manchmal sogar extensiv genutzt. Es gibt einen Erinnerungswert und Erkennungswert, wenn ich ein Fahrzeug bei Dunkelheit sehe, was dank LED-Technik eine bestimmte Lichtform hat. Ich freue mich immer, wenn ich ein Volvo sehe in der Hinterpartie nachts, erkenne ich von Weitem, ah, das ist ein Volvo, so einen habe ich lange Zeit auch gefahren. Deshalb habe ich dort eine besondere Beziehung dazu. Wenn Sie selbst das Licht-Design in Angriff nehmen wollen, da bitte ich Sie, vorsichtig zu sein und mit Bedacht zu handeln, weil natürlich nicht alles, was gefällt, ist erlaubt. Sie laufen Gefahr, dass Ihre Betriebserlaubnis erlischt, wenn Sie bunte Lampen einbauen, wenn Sie Ihre Bremsleuchten intermittierend, also flackernd einsetzen, was man alles heute ja machen kann, mit Spoilerbeleuchtungen und Unterbodenbeleuchtungen. Es ist nicht so, dass Sie sagen, das ist alles schrecklich. Nein, der Gesetzgeber sagt, das ist verboten, außer Sie haben eine ABE oder eine Zulassung dafür. Gegebenenfalls muss die technische Überwachung das bestätigen. Ich bin ja viel in Asien unterwegs und was ich da sehe, das ist für deutsche Jugendliche, die auf Licht-Design stehen, ein Traum. Was hier an blauen, roten, grünen, manchmal in allen Farbpaletten schillernden Lampen zu sehen ist, legal, illegal, egal, lasse ich mal offen. Es wird einfach eingesetzt und es wird offensichtlich auch toleriert von der Polizei. Und was mir besonders gefällt und mich immer wieder beeindruckt, das sind die riesigen Busse mit einem Airbrush-Design. Das sind wirklich Künstlerstücke, die auf der Rückseite häufig ein Licht-Design haben, das auf der Autobahn von Weitem sagt man, ey, was fährt da denn? Und dann kommt man näher und erkennt mindestens 30 verschiedene Lampen in ihrem Design geschwungene Bremsleuchten, manchmal anderthalb Meter hoch, dreifach Auslegung von Rückleuchten, Bremsleuchten, Blinkleuchten. Das ist schon was, was ich auch ästhetisch finde. In Deutschland, in Europa, habe ich so etwas vielleicht bei einem Showmobil mal gesehen. Und achten Sie mal drauf, immer mehr LKWs, gerade auch aus dem Ausland, die haben so ein, ja, mit Begrenzungsleuchten so eine Art Licht-Design, sehen manchmal auch aus wie ein Tannenbaum, aber gegenüber diesen asiatischen Bussen ist das einfach langweilig. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie da einfach so Ihre Lampen austauschen, Ihre Farben wechseln, das kann ins Auge gehen. Ich habe da auch in meinen jungen Jahren durchaus Erfahrung gesammelt und muss sich nicht wiederholen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass es natürlich auch ein Sound-Design gibt. Ja, im Sound kann man einiges machen. Als ich jung war, haben wir einfach mit dem Nagel ein Loch in die Abgasanlage des V4 Käfer getrieben und der hat richtig gerührt, bis die Polizei sagte, Stopp, Vorführung und so weiter. Beim dritten Mal hat man das verstanden. Heute gibt es Nachrüstsätze, zugelassene, darauf kommt es ja immer drauf an, von Abgasherstellern, also von Abgasanlagenherstellern, die eine ABE haben, manche auch eine Einzelzulassung benötigen und die durchaus einen Sound entwickeln, den die Befürworter super finden und die Gegner sagen, das macht nur Krach. Also ich erinnere mich nur an einen Freund, fährt einen Porsche, auch mit einer Soundanlage und er trifft sich manchmal mit Freunden, abends oder nachts und sie fahren durch den Hamburger Tunnel am Hauptbahnhof und sie nennen das Musizieren. Okay, jeder hat so seine Schwerpunkte, seine kleinen Macken, die haben sie doch auch. Und ich sowieso. Und beim nächsten Clip geht es jetzt schon gleich um richtige Tuningmaßnahmen, die auch etwas technisch bewirken. Bis gleich.